Er hat die Steine nochmal eingesetzt. Äh, unsere Personaldecke ist recht dünn, wisst ihr? Naja, er hat immer noch die Steine, also. Holen wir sie uns. Und benutzen sie, um alle zurückzuholen. Einfach so. Ja, einfach so. Selbst, wenn es nur eine kleine Chance gibt, alles ungeschehen zu machen. Wir schulden es jedem, der nicht hier im Raum ist, es zu versuchen. Wenn wir das tun, woher wissen wir dann, dass es jetzt anders ausgeht als beim letzten Mal? Beim letzten Mal hattet ihr mich noch nicht. Hey, für die Neuen hier. Alle Anwesenden kennen sich mit dem Leben als Superheld aus. Und wenn ich das mal fragen darf, wo bist du eigentlich die ganze Zeit gewesen? Im Universum gibt's noch mehr Planeten. Und bedauerlicherweise hatten die euch nicht. Die gefällt mir. Holen wir uns diesen Mistkerl. Wenn wir das tun, woher wissen wir dann, dass es jetzt anders ausgeht als beim letzten Mal? Hey, wir schaffen das. Wir schulden es jedem, der nicht hier im Raum ist, es zu versuchen. Ich sagte, wir werden verlieren. Und du sagtest, dann tun wir das auch gemeinsam. Wir sind Avengers. Das ist das, was wir tun, oder? Vertraust du mir? Ja. Ihr konntet nicht mit eurem Versagen leben. Und wohin hat euch das gebracht? Wieder zu mir. Avengers Endgame Das ist das, was wir tun, 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 was